Hallo Leute, ich bin's mal wieder, der Kaizo und... Lecks. Mein treuer Begleiter, die Lecks... Fickt euch doch. Mein treuer Begleiter, die Lecks und ich sollte mal länger laden lassen, die Welt ist ja ekelhaft hier. So. Äh, aus der Schneewelt raus oder drinbleiben? Raus oder rein? Raus oder rein? Naja, ich glaub, ich geh mal raus hier, das ist ja langweilig. Ich nehm das... Äh, das teilnehm ich noch mit. Komm, irgendwo muss doch hier auf Ende sein, das kann doch nicht alles Schnee hier sein. Und nochmals, Leute, es tut mir leid, wegen der neuen Welt, die muss leider sein. Aber das ist euch sowieso egal, wow. Hühner. Viel zu viele Hühner. Angst. Wer bist du? Jack. Ah. Äh, da unten liegt ein... Clayblö... Liegt ein Clayblöcker, die hole ich mir... Aua. Aua. Meine Fresse. Ah, ich glaub, hier könnt... Hier könnt ich mich einrichten. Boah, das wär bestimmt voll geil. Boah, ja, das... Das wird bestimmt toll. Hier brauch ich dann ein Wohnzimmer rein, Alter. Ja, 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 das wird super hier. Entschuldigung. Lass dich hier rüber dann noch ein bisschen Glas. Boah. Wirklich gute Idee, Eike. Wirklich gute Idee. Und das Eisen nervt mich. So. Erstmal so Anfangslicht. Das müssen wir, glaub ich, auch ausstopfen hier oben. Neue Behausung, die Höhle. Aber ich glaub, hier vorne baue ich so'n... Baue ich so'n Abs... So'n Vorsprung hin. Das heißt, ich baue hier zwei nach oben. Und dann da irgendwie so'n ganz komischer Felswand rein. Sieht bestimmt geil aus. Wo ich dann da schlafen werde, dann... So'n Zeit der Alpha, da hab ich auch sehr, sehr, sehr viele Höhlen gebaut. Und meine Fresse. Ich kann euch irgendwann mal die Alpha-Welt zeigen. Ähm, dann wird das zusammen mit dem Together gemacht, weil ich das im Together gemacht hab. Also, nicht aufgenommen, natürlich. Äh, ich hab da tausende Tunnel gebastelt. Dann müssen wir euch das mal zeigen, was ich damals alles mit Dominik, also Erzio-Fan, gebaut hab. Wir wissen auch noch alles, wo, was und warum wir das gebaut haben. Also, ja. Also, das sieht gleich schon viel besser aus hier. So, dann noch ein bisschen davon. Ich bringe hier noch eine Truhe hin. Alles hier eben reingepfeffert. Wir haben auch gerade extremst schönes Wetter. Draußen. Ich bin... Jetzt ist gerade 22.12 Uhr und ich nehm noch auf. Ja, weil ich's kann. Endlich hab ich meinen eigenen Fernseher bekommen. Äh, da lass ich, glaub ich, sogar. Machen wir hier so ne einheitliche Decke. Morgen kommt Merlin! Ich werd mir auch demnächst, äh, mal versuchen, einen More Creatures-Mod einzufügen, weil... Das wär geil, wenn ich dann einen Wolf ziehen könnte. Boah, das wär so übelst geil. Nein, kann ich ja schon. Wie sowas Werwolf-mäßiges. Wenn ich zum Werwolf werden könnte in Minecraft. Skyrim-Mod. Yeah! Passt. Ha. Ähm... Damit bauen wir gleich noch einen zweiten Ofen und dann geh ich jetzt erst mal schlafen gleich. Wenn ich noch ein paar Schafe finden würde. Brauch ich mir genau diesen Teil hier. Bauch ich dann eben... Bauch ich dann eben... Hm. Da müssen wir halt mal Holzkohle machen. So. Ich bin so intelligent. Ich baue eine... Erde-Fabrik. Oder eine Holz... Äh, Steinspatacker. Warte eben. Ich muss eben kurz auf... Prost, die bin. Umschalten. Bah. Das ist Kabel 1. Das ist Paraschipel. Ja, aber jetzt kommt der Comedy-Dienstag und den werde ich ungern verpassen und... Wie findet ihr es auch nicht, dass ich nebenbei noch so ein bisschen klein gegucke? Das ist wahrscheinlich der neueste Kommentarstil. So, hier kommt man dann raus. Weg. Wasser. Keiner will dich. Keiner mag dich. Boah. So, da kommt dann mein Bett hin. Ey. Setz da einen Block hin. Warum? Warum? Oh, ne. Es tut mir... Ah! Ah! So. Oh So 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 Jetzt auch mal ein bisschen Jetzt kam mir die Erleuchtung Muss ich hier dann noch ein bisschen Sind wir mal Fitnesstrainer des Berges Specken ihn ab Einige Einzigste Sandbine Ich brauch mal was zu essen Das wär mal nett Ah Das hab ich nicht gemeint Kommt Leute Äh Hä Achso Au Au Hatte ich nicht irgendwo Rotten Meat hier drinnen Ah Klatsch Sterbe ich auch noch Irgendwie Äh 99 63 Hühner Huhn Scheiß Dreck Da vorne ist ein Skelett Das ist ne Ah Geil Gewöhnt mir was zu essen, ihr kleinen Hühnchen Und produziert Eier Oh Oh das ist so cool Im Donald Duck Comic Gab's mal äh Viereckige Hühner Viereckige Eier Das fand ich ziemlich lustig das Comic Äh Ja wo muss ich jetzt nochmal hin Da vorne Da vorne Genau Ähm 33 Sand Das ist doch mal sehr schön Ein gebratenes Hühnchen für Eier Ah lecker Wie viele Hühnchen hab ich? Warum Macht er das dann nicht? Gibt es jetzt irgendwie so einen hässlichen Patch oder so? Wahrscheinlich gab's da so einen Patch dass man nicht mehr äh Sachen direkt so über drei Blöcken setzen kann oder so Scheiß Realistik Patch Ja Ja äh Leute ich glaub das Äh wird jetzt nichts mehr weil mir nichts mehr einfällt Ich glaube Ja ich bin so intelligent Warte Ein Glas Stück noch Das waren zu viele Ein Glas Stück noch Und das waren zu viele So Äh ja dann haben wir hier unten ne Tür drinne So jetzt haben wir hier ne schöne Bude Und ich würde sagen Danke fürs zu sehen und tschüss